Guten Morgen Deutschland! Jetzt delegitimieren sie euch. Ja, ihr hört richtig. Sie verunglimpfen euch alle da draußen. Euch alle, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen können, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien im Herbst und im Winter durchbringen können. Euch alle, ihr werdet jetzt schon delegitimiert. Das ist ja dieser neue Begriff, Deliquidimierung der Demokratie, ihrer Demokratie. Sie sprechen immer davon, dass Menschen da draußen Kritik üben, Wutbürger. Das ist jetzt das Neueste seit sieben Tagen, eigentlich schon seit einigen Wochen, aber jetzt kommt es ja tagtäglich auf allen Gazetten hoch. Und sie reden davon, dass ja jetzt da draußen sich Menschen anpeitschen würden, die die Demokratie aushöhlen und delegitimieren. Weil ich kriege das kaum ausgesprochen, liebe Leute. Es ist ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. Denen geht so dermaßen die Düse. Die haben sowas von Fracksausen da oben. Weil sie ganz genau wissen, was sie mit ihrer Politik seit vielen Monaten jetzt verursacht haben. Was sie noch verursachen werden. Was die Mehrheit dieses Landes nicht wünscht, sondern ja nur die Minderheit, die die Politik betreibt, beziehungsweise vor sich her treibt. Aber sie versuchen jetzt wirklich mit allen Mitteln, euch da draußen zu sagen, ihr habt es zu fressen, ihr habt es mitzumachen, ihr habt es alles mitzumachen. Aber hey, Regierungskritik ist unerwünscht. Weil Regierungskritik ist eine Delegitimierung der Demokratie, in Klammern ihrer Demokratie. Liebe Leute, alle werden jetzt zu Wutbürgern gemacht. Alle werden jetzt zu Verschwörungstheoretikern, zu Corona-Leugnern, zu Rechten gemacht, die sich möglicherweise Protesten ab Herbst anschließen. Was diese Regierung mittlerweile jetzt betreibt, das hat mit dem freisten, liberalsten, demokratischen Deutschland aller Zeiten so gar nichts mehr mit was zu tun, liebe Leute. Es ist ein Trauerspiel, was die Regierung hier abliefert. Es ist ein Trauerspiel, was die Politik und die Medien hier abliefern. Insbesondere natürlich die etablierte Politik und die Medien. Und es ist einfach nur erschreckend, wie jetzt gegen normale Bürger vorgegangen wird, nur um mit allen Mitteln zu verhindern, dass da draußen die Öffentlichkeit sieht, dass sie nur eine Minderheit sind. Und dass die Menschen hier im Land die Macht haben, das zu ändern. Sie müssen es nur wollen. Und sie brauchen nur eine Sache oder eigentlich nur zwei Sachen. Erstens, keine Angst vor der Regierung haben. Und zweitens, Mut haben. Und dann ist hier ein friedlicher, demokratischer Wechsel möglich. Im ganzen Land, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Landkreis. Und das wird wahrscheinlich ab Herbst passieren, dass die Menschen zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden auf die Straße gehen. Und sie werden Rechte sein für sie. Sie werden Verschwörungstheoretiker sein für sie. Aber es liegt an euch, ob sie dieses Mal wieder damit durchkommen. Und hier, wenn sie das nicht mehr ab. Amen. Vielen Dank.